Ein weiterer Neuzugang bei Lichtenberg 47 möchte ich Pascal Eifler begrüßen. Er kommt vom Ortsnachbar BFC Dynamo Berlin und versucht als einer der jüngeren Spieler in der neuen Saison in der Regionalliga Lichtenberg zu helfen, das Ziel Klassennahe zu verwirklichen. Pascal, stell dich doch mal kurz vor, was deine bisherigen Stationen waren und welche Positionen du bekleidest. Ich bin Pascal Eifler, bin 21 Jahre alt und habe angefangen bei Sparta Lichtmärk zu spielen. Bin dann rübergegangen zum BFC. Von dort hat mich dann nach Köpenick getrieben, zu den Eisernen. Da hatte ich eine kleine Verletzung und bin dann wieder zum BFC gegangen. Und ja, jetzt bin ich hier, freue mich auf die neue Saison, hoffe natürlich, dass ich der Mannschaft helfen kann und werde probieren, mich weiterzuentwickeln. Und welche Position beteiligst du? Ich bin Sechser oder Zehner. Und hattest du vorerst ja auch schon ein paar Mal in der Regionalliga beim BFC reingeschnuppert? Ja, durfte ich. Da aber eher als rechter Verteidiger. Was jetzt nicht so meine Position ist, aber ein paar Spiele habe ich schon absolviert. Wir hatten vorhin ja einen Neuzugang vom BFC aus der zweiten Mannschaft, den Sportkameraden Schöps. Hast du mit ihm auch schon zusammengespielt? Ja. Weil ihr vom Alter in etwa so gleich seid? Ja, mit Moritz hast du in der A-Jugend noch zusammengespielt und danach hat man sich ab und zu mal bei der zweiten halt gesehen. Ja, ich kann dir dann für die neue Saison hier bei Lichtenberg nur alles Gute wünschen. Bleib verletzungsfrei und ich hoffe, du bist gut im Kollektiv aufgenommen worden, sodass dir der Vereinswechsel nicht allzu schwer gefallen ist. Nee, es war sehr gut bis jetzt. Also die Mannschaft hat mich wirklich gut aufgenommen. Ich fühle mich wirklich fit und auch ich bin froh, hier zu sein. Und deswegen, ich bin heiß, dass die Saison beginnt. Okay, dann schauen wir den Hufen und viel Erfolg. Dankeschön.